Junge, dass Gras jetzt nicht isst, das fand ich recht lustig, also so ein kleiner Nitzwitz nebenbei, ein bisschen gegen Veganer, aber naja, gehört ja auch mal ein bisschen mit dazu. Du lästertest Gott auf unglaublich infarme Weise! Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Käppis und alles mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht, ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreie Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai-Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qi Gong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe. Ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Bei dem heutigen Video handelt es sich um meine Kooperation mit Lebenskraft pur. Ich habe sie vor einigen Wochen angeschrieben, dass ich bei ihm beim Affiliate-Programm teilnehmen darf. Das ging recht schnell, war noch recht freundlich und auch ohne Probleme haben sie mich aufgenommen. Haben sogar mir zugesagt, dass sie toll finden, was ich hier mache. Also in Sachen schleimfreier Heilkost und der Permakultur. Ich? Sie? Nein, doch. Und als Dankeschön haben sie mir jetzt noch zwei Produkte zum Testen zugeschickt. Einmal den Grassaft Alkalisierer, den haben sie mir zugeschickt und auch das grüne Leben Komplex. Die habe ich auch gestern probiert und da muss ich sagen, dass mir der grüne Saft Alkalisierer viel besser geschmeckt hat. Der war süßlicher und nicht ganz so bitter im Nachgeschmack wie zum Beispiel das grüne Leben Komplex. Also der Alkalisierer, der besteht zum Beispiel aus Karmutgras und Gerstengras. Und dieses grüne Leben Komplex, das besteht aus Algenpflanzen und junge Gräser und Sprossen. Das ist auch so ein Mix, das ist da zusammen, also getrocknet und als Pulver dann zusammen gemixt. Und der grüne Saft Alkalisierer, das besteht aus Gerstengras, Saftpulver und aus Karmutgras, Saftpulver, was auch sehr hochwertig sind. Die beiden Sachen, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, mit dem entsprechenden Affiliate-Link. Oh, einer sind sie! Und ja, die habe ich auch meinem Vater probieren lassen, meine Mutter. Und die hat dann auch gesagt, dass hier der Grassaft Alkalisierer besser geschmeckt hat. Und bei meinem Vater, da habe ich ihn dann gefragt, wer die beiden findet und hat er halt gesagt, dass es halt einfach schmeckt nach Gras. Und dann war für ihn halt nichts Besonderes, einfach nur Gras gewesen und hat dann mir auch eine lustige Szene beschrieben im russischen Fernsehen. Das war dann, dass seine Mutter hat halt einen Teller für ihren Sohn zubereitet. Und da war halt so grünes Blattgemüse oder ein bisschen auch Gras und alles Mögliche da. Und dann hat der kleine Junge gesagt, dass er halt das Blattgemüse oder das grüne Zeug einfach nicht isst, weil er ja keine Ziege sei. Und das fand ich halt recht witzig. Und da haben sie auch dann die ganze Zeit diskutiert, warum der Junge das Gras jetzt nicht isst. Das fand ich recht lustig. Also so ein kleiner Nitzwitz nebenbei. Ein bisschen gegen Veganer. Aber naja, gehört ja auch mal ein bisschen mit dazu. Du lästertest Gott auf unglaublich entfahme Weise! Auf Lebenskraft pur gibt es neben den Grassaftpulvern auch noch weitere Produkte, beziehungsweise auch Pulver, die eine andere Zusammensetzung haben. Es gibt zum Beispiel Pulver von verschiedenen Wildkräutern in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Dann gibt es noch Algen, wie zum Beispiel Chlorella oder Spirulina. Es gibt auch Moringa-Kapseln, die ihr dort bestellen könnt. Und weitere Nahrungsergänzungsmittel, die auch für Rohköstler sehr interessant sein können. Was ich halt besonders finde an diesen Grassaftpulvern, wie zum Beispiel hier das grüne Lebenkomplex, dass man die auch super für unterwegs nutzen kann. Es ist halt besonders für Leute, die jetzt mit der Rohkost zum Beispiel anfangen, können auf sowas zurückgreifen. Um meinen Körper zum Beispiel am Morgen nochmal zusätzlich bei der Entgiftung zu unterstützen, um halt da die Gifte, die am Morgen rauskommen, die sich über die Nacht angeschaut haben, nochmal zusätzlich ausleiten könnt. Wenn ihr zum Beispiel auch keinen Entsafter habt oder der euch einfach viel zu teuer ist, oder auch nicht die Zeit berufsbedingt habt, dass ihr euch regelmäßig in Saft pressen könnt, dann könnt ihr die auch für unterwegs super nutzen. Einfach Wasser und dann das Pulver rein. Und schon könnt ihr das trinken und eurem Körper mit Basenüberschüssen zusätzlich unterstützen. Und diese Basenüberschusshilfe hilft natürlich auch für sehr viele Krankheiten, beziehungsweise wenn ihr chronische Krankheiten habt, um diese halt auch nachhaltig zu heilen. Unten werde ich euch die Webseite verlinken. Schaut euch einfach gerne mal die Produkte an. Schaut euch einfach um. Und wenn ihr Interesse habt, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr über den Affiliate-Link von mir bestellen würdet. Dann bekomme ich natürlich eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr und dadurch unterstützt ihr mich und mein Projekt, damit ich das weiter ausbauen kann. Zum Abschluss kommen wir nun zum Gewinnspiel. Das ist jetzt mein allererstes Gewinnspiel hier auf diesem Kanal. Und ich möchte einfach an euch Danke sagen. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Danke, dass ihr die Videos mit einem Daumen hoch bewertet. Dass man die Videos überhaupt anschaut, vielleicht sogar an Freunde und Familie teilt und das Projekt auch im Allgemeinen unterstützt. Sie flunkern doch. Und da möchte ich jetzt euch nun was zurückgeben. Und zwar könnt ihr entweder das grüne Lebenskomplex, diese Flasche, gewinnen. Oder den Grassaftalkalisierer, diese Flasche. Hat einfach den Grund, weil ich halt diese Pilverchen nicht brauche. Weil die mir jetzt nach den 5 Jahren Rohkost nicht mehr ganz so gut schmecken. Die würden bei mir nur rumstehen und ich mache sowieso viel lieber meine eigenen frisch gepressten Säfte mit meinem Angeljuicer. Da habe ich sowieso auch schon hochwertige Säfte, die ich jeden Tag zu mir führe. Und aus dem Grund, bevor sie bei mir vergammeln, die beiden Grassaftpulver, würde es mich sehr freuen, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, wenn einer von euch diese Flaschen hat. Kommen wir nun zu den Teilnahmebedingungen. Die sind recht einfach. Also natürlich freue ich mich, wenn ihr zum Beispiel den Kanal abonniert und dabei noch auf die Glocke drückt. Oder dem Video einen Daumen nach oben hinterlässt. Ist keine Pflicht, wäre aber nur schön für mich, damit ihr auch zeigt, dass ihr Interesse an dem Kanal und an meinen Videos habt. Viel wichtiger für mich ist einfach, dass ihr einen Kommentar schreibt. Erstmal warum ihr überhaupt die Sachen gewinnen wollt. Also das Grassaftpulver oder das Grüne Leben Komplex. Und dann schreibt ihr noch bitte in den Kommentaren mit dem Hashtag Alkalisierer oder mit dem Hashtag Grünes Leben Komplex, welche Produkte ihr denn genau haben wollt. Ihr könnt auch beide hinschreiben. Dann seid ihr bei der Verlosung von beiden mit dabei. Und das ist einfach für mich schon mal die erste Teilnahmebedingung. Die andere Teilnahmebedingung für mich ist dann noch, dass ihr ein anderes Video bis auf dieses hier von mir teilt. Auf Social Media Plattformen, Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter oder sonst irgendwo. Und davon dann einen Screenshot macht. Und den mir an meine E-Mail-Adresse permakulturprojekt-peace-at-web.de zusendet. Bitte auch einen Screenshot von eurem Kommentar. Dann seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Die Aktion mit dem Videos teilen hilft mir einfach nochmal als Unterstützung für mein Projekt. Das ist sozusagen für mich so ein Geben und Nehmen, dass es nicht ganz so anspruchslos und leistungslos ist. Und dadurch verbreitet sich natürlich auch das Projekt. Dann könnte ich zum Beispiel auch viel mehr solche Gewinnspiele auch machen. Bis einschließlich 24. Dezember könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Nochmal kurz einfach ein anderes Video als dieses hier auf Social Media Plattformen teilen. Darf ein Screenshot machen von eurem Kommentar, den ihr hier unten hinterlässt. Ein Screenshot hinterlassen. Bitte auch da an die entsprechenden Hashtags denken. Und dann lose ich sie am 25. Dezember aus und schreibe euch dann direkt an eure E-Mail-Adresse, damit ich auch eure Adresse herausfinde. Und schicke euch die dann so schnell wie es geht dann auch zu, damit ihr euch über eure neuen Grassaftpulver freuen könnt. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe auf eine sehr zahlreiche Teilnahme und wünsche euch auch viel Glück. Zudem wünsche ich auch noch viel Gesundheit, eine sehr besinnliche Vorweihnachts- und Adventszeit. Genießt einfach die wunderschöne Zeit, eine kleine Auszeit vom Garten. Und sonst freue ich mich einfach darauf, dass wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt sehen. Bis dahin. Ciao.